Runa, nach langer Verletzungszeit endlich wieder auf der Platte und dann noch so ein erfolgreiches Spiel, Tore geworfen. Wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Entspannt eigentlich. Es war nicht so viel für mich heute, aber Hauptsache die Mannschaft hat gewonnen und ich freue mich, dass ich wieder in der Mannschaft bin. Die zwei Tore waren einfach Bonus heute. Der Bergische HC ist super in die Saison gestartet, war immer sehr stark, auch als Mannschaft, auch heute wieder. Was war aber trotzdem bei den Recken heute besser? Ja, Angriff vor allem und die Abwehr vielleicht so ein Tick ein bisschen besser, aber 30 Tore zu Hause ist eigentlich ein bisschen zu viel und da müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Das nächste Spiel ist gegen Gummersbach. Was ist drin beim Auswärtsspiel? Letztes Jahr haben wir da gewonnen und das war mein erstes Ligaspiel für die Recken, glaube ich. Gummersbach ist eine gute Mannschaft und da müssen wir wirklich 100% auftreten, um erfolgreich zu sein. Dann wieder schön, dass du da bist auf der Platte. Weiterhin viel Erfolg und dann auch natürlich für das nächste Auswärtsspiel. Viel Glück. Vielen Dank.